Was nimmst du denn für den Auslandsbruch? Wir können unsere Öffnen haben und du nimmst andere Haßung. Avocado? Avocado, ja. Nimm unsere Öffnen, ist ja viel besser. Ja, ja. Wir machen Zeit. Ciao. Danke sehr. Falschkompatierte Hirnlohne für dich, ja. Danke. Hey, Nadine. Hey. Ich hab gewusst. Ja. Hey. Warum trinkst du nur eigentlich aus Plastikbecher? Ja, weil wir haben den Plastikbecher schon gehabt. Ja, und es ist halt ein bisschen, Sachen so lange zu nehmen, bis sie hin sein und nicht neue Sachen zu kaufen. Ja, ja, stimmt. Mhhh, das ist ja voll lecker. Und da ist sogar Ballmüll drin. Echt? In der ganzen Jugend treffe ich Ballmüll frei. Warum? Ja, weil für die Gewinnung von Ballmüll wird du besser Regenwald durchholst und halt, weil wir nicht unterstützen. Das ist richtig cool. Ja, weil das wäre jetzt auch eure Inspiration für euch gewesen. Und in der Zukunft werden wir auch noch weitere Projekte machen, weil man kann nie genug für die Umwelt gehen.